Das ist noch gar nicht der Tunnel. Ich probiere es einfach mal mit Querfeld ein. Aber das ist ja... Kann ich da mit dem Auto laufen? Oh Gott. Oh Gott. Davon da kann ich mir schon was vorstellen, dass da... Ja, da komme ich ja so nicht durch. Wird schon wer sein. Was? Hupen? Hallo. Essen? Hier sind doch Leute irgendwo. Hä? 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 Au! Aua, aua. Muss gleich wieder alles weg. Komm schon. Aua! Muss gleich wieder alles wegrammieren. Mann! Ich sterbe noch. Komm schon. Komm schon. Mann schlag. Nein! Der eine Schlag! Oh man! Jetzt bin ich wieder hier, ey. Ach, da kann ich aufbrechen. Mach das mal. Uiuiui. Uiuiuiui. Mann! Mann, ich drücke diesen scheiß Y-Knopf, aber er reagiert nicht, die Animation ist zu lang. Ich sehe kaum noch was. Ich glaube es wird echt Zeit, ein bisschen mehr die Schrotflinte zu benutzen. Ich habe hier genauer einen Schuss. Lass mich doch durch da. Los, mach auf. Dann dürfen die ja schon fast da sein. Na, da kommt ihr Buzzens. Ja, geblockt. Den weiter prügeln. Da haben wir ein weniger. Komm schon. Nur noch den ja. Das ist, glaube ich, der stärkste von denen noch. Komm schon. Hier gebe ich, Junge. Ja, klar. Diesmal gleich ohne Schaden zu nehmen. Darf ich das jetzt aufmachen? Danke. So. Dann geht's weiter. Ja, genau. Ich würde schon gerne was sehen, wenn ich kämpfe. Ah, komm. Aua. Oh Gott. Aua. Wenn ich diesen Scheiß nicht sehe, dann kann ich da auch nicht gegen ankämpfen. Wir machen das mal so. Schön. Ah, hin und her rennen. Und dann immer ein wegmetzeln. Genau, wie ist das? Komm noch. Ah! Puh, puh. Das sind so viele. Oh, ich muss echt früher ja den Platz finden. Ah! Jetzt komm ich. Was ist das? Mann, oh Mann. Da hab ich mich auch gefragt. Sind da noch mehr hier? Haben sie ja noch so ein bisschen so einen Gruselfaktor mit einbauen wollen, ne? Na, wir dürfen doch eigentlich gleich schon da sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das war. Oh, ein großer. Das ist also ein Schatz in der Zeit. Die muss ich ja schon schreien, hör. So. Muss ich hier rum? Ne, geht nicht. Oh, das ist echt dunkel. Ich hab lange nicht mehr so ein dunkles Spiel gesehen, glaube ich. Muss ich sein, was sie bedeutet. Ah. Das klingt schlecht. Ich bin weg. Ich bin weg. Hilfe. Das hört sich nicht so freundlich an. Ich denke, ich sollte gehen. Kannst du nicht ein bisschen schneller hier durch? Ich bin weg. Ich habe ein Schatzes Anführungszeichen. Ein Relisk. Für die Magne Moe. Das ist auch. Up, up. Our nitrous will come to our aid. Use the booze. So, haben wir den auch weg. Und jetzt, äh, guck ich mal, was jetzt noch unser Ziel wäre. Wir haben auf der ganzen linken Seite noch so ein, noch so ein, äh, Dings, Gebiet. Hier steht immer, in der Region ist, ach, Griffa aufgetaucht. Warte mal, der ist hier, Griffa ist doch der Typ, der uns verbessert, ne? Hätte ich das vielleicht in den anderen Regionen auch erstmal machen müssen. Wir fahren mal zu dem hin. Wie lange nehme ich denn schon auf? Eine Stunde knapp. Könnte ich jetzt hier töte den Top Dog? Keine Ahnung. Ob ich den Top Dog töten will. Fahren wir mal zu Griffa. Ja, fix, fix, fix. Ich sammle so lange Schrott ein. Und dann fahren wir gleich weiter. Nee, nee, nicht schießen. Aua. Los. So, Zugriffe. Oi. Ähm... Rechtsum. Und dann gehen wir da hoch. Bäh. Ich wollte nicht irgendeine Stadt angreifen. Hilfe, 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 Hilfe. Ich glaube, hier bin ich ganz richtig. Geh mich mal pimpen, ne? Ich glaube ich. Warum muss ein Fahrzeug sein so wichtig sein? Die Alliaten sind eine kraftvolle Hilfe. Auch ein Pferd kann sein Leben sein. Du fokussst deine Loyalität auf eine totale Sache. Ich kann ein Auto fahren. Ich werde die Pläne mit Silenz in ein Auto fahren. Leute, geh in meinen Weg. Hast du das Auto? Mehr als jeder Mann. Wir haben einen langen Weg zu gehen. Let's look deeper. Let's look deeper. Wir haben 10 Abzeichen. Alter, ich hätte es schon lange mal verbessern können, glaube ich. Jetzt können wir auch einmal Wasser hier draus machen. Schadenzeug. Stoffunbereitungsfähigkeit durch Nahrung und Gesundheit zu erhalten. Dann machen wir das mal. Lebensstufe erhöhen, ja. Angriff natürlich. Mehr Munition. Warum nicht? Durch Waffen mehr Schaden. Mehr Schrott wäre auch ganz nett. Ich weiß immer nicht, ob das so klug ist, in alle Richtungen so viel zu skillen. Weniger Treibstoffverbrauchung verstehe ich gar nicht. Treibstoffprobleme hat man ja nur noch überhaupt nicht so wirklich. Komm, wir machen noch Schaden. Lebensstufe machen wir auch noch mal. Und bestätigen. Achso, ich muss ja wieder selber aufstehen. Hey, du bist ja sogar da, diesmal. So, da kommen Freunde. Kann man jetzt überlegen. Gehe ich hier hin, um den Top Dog zu töten? Oder hole ich mir die Gastown-Mission. Ich glaube, die Gastown-Mission, die spare ich mir noch auf. Ich möchte mal gucken, was mit dem Top Dog... Was auch immer der Top Dog ist. Ist das in dem Lager hier? Könnt ihr auch ganz schön... Was ist das denn für ein Zeichen, Alter? Zwillingsschwestern. Hier war ich noch in keinem Ballon, ne? In dem Gebiet. Der müsste das sein. Wo ich denn das Lager gesehen hätte hier. Wow. Ja, lasst mich. So. Da vorne. Top Dog. By the Maw. Ja, I'm gonna check it out. Hier drin? Moment. Ist das... Ah, das ist genau dieses Lager. Wo ich schon vor ein paar Folgen mal... saß und ich wusste, wie ich reinkomme.